wir schreiben heute den 13 januar 2016 und eine ersatzkarte habe ich immer noch nicht bekommen für meine erste telefonnummer im hintergrund sehen sie eine slideshow der kontakte die ich einsetzen werde aufgrund des skandals ich habe mehrere mails geschrieben und man schreibt dann man kann sich nicht erklären warum gibt es da keine lösung und so weiter und so fort anstatt anstatt etwas für die würde zu tun nein ich bin unerreichbar im moment auch für notfälle und es darf nicht sein dass man sich so daneben benimmt in den o2 shops in nürnberg ich war in zeugen begleitet die gesagt haben das ist ja haarsträubend wie man mit mir dort umgegangen ist warum ich die slideshow im hintergrund laufen habe ist dass die aufmerksamkeit nicht nur jetzt mich betrifft sondern der ein oder andere der sich dann hier wiederfindet in dieser slideshow der star dass der sich mit dahinter klemmt denn wenn zwei kinder zum beispiel die deren alter 15 und 18 jahren angeht wenn die ein restvermögen ein restsehvermögen haben von fünf prozent und ich aber dann von dem ein oder anderen unternehmer nicht erreichbar bin weil ich keine ersatzkarte von blau.de zugesandt bekommen habe anstatt dass man sich gedanken macht per e mail wissen sie was wir schicken ihnen eine neue sim karte seit november zu ich habe sie aber immer noch nicht weil sie eben absolut immer im einsatz war und wenn sie das nicht glauben ich habe die sim karte hier das ist die sim karte die leider defekt ist weil sie über jahre im einsatz war und wenn sie die rückseite anschauen die ist ein bisschen deformiert vielleicht sieht man das so wenn ich das konkret rein halte ich hoffe man erkennt das und das ist ein beweisstück diese sim karte wird garantiert gesichte geschichte schreiben ich bin derzeit unter der dispo gelisteten tv bekannten rufnummer mit der 0 15 78 78 punkt 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 nicht erreichbar ja das interessiert aber das interessiert aber eine hotline nicht oder ein präsentrum nicht da fehlt da fällt mir kaum noch etwas ein das interessiert wahrscheinlich erst die hotline wenn die hotline ihre jobs verliert und vielleicht neu ausgeschrieben wird der call center neu ausgeschrieben wird weil vorher sich nichts ändert aber weit gefehlt wenn ich aufgibt der siegt wer gesicht zeigt der siegt es gibt mittlerweile einen ausländischen anbieter für mobilfunk und er sagt naja vielleicht finden wir eine lösung zum beispiel jetzt sehen sie die wokehr im hintergrund kann mich nicht erreichen die wokehr setzt sich ein für notfälle präventionsdiagnostik in münchen zum beispiel dominik brunner foundation für civil courage weltweit insbesondere münchen als herr dominik brunner ums leben kam bei einem civil courage einsatz als ein junge angegriffen worden ist und er sich eingesetzt hat aber zurück zu meiner blau die karte mit meilen sollte man da eigentlich mit meinen stiefeln sollte man so wie mit dem logo unterwegs sein um perspektiven für mehr erreichbarkeit wenn es um würde geht zu erreichen daneben ist eben weit gefehlt warum ich jetzt diesen weiteren aufsager mache jetzt bin ich natürlich nicht ganz so gestresst wie bei den anderen auf aufzeichnungen da war sehr viel stress vorangegangen ich bitte um nachsicht für die bild qualität und spreche qualität das kann durchaus sein ich bin natürlich nicht wenn es um einen notfall geht vorher auf einem laufsteg unterwegs sondern live aus dem leben zurück zu einem anderen fall ich kann jetzt zum beispiel auch nicht für einen menschen erreicht werden der hilfe braucht weil er eine herzpatientin gerettet hat daher ist er dann ein bisschen zu schnell gefahren diese herzpatientin muss medikamente einnehmen und muss an einer an einer an einer bus haltestelle irgendwie eine herzschwäche bekommen haben wurde angerufen der georg wurde dann angerufen weil er ehrenamtlich ihr so unter die arme greift er fragt dann mich was soll er tun sie hat das geld nicht für einen sanitätswagen einen rettungswagen und dann habe ich gesagt georg dann fahrt du hin und fahr sie ins krankenhaus das ende vom lied ist im moment der zeit dass er ein bisschen zu schnell gefahren ist weil er sehr aufgeregt war hat aber umsichtig das auto gefahren hat keinen unfall verursacht trotzdem verlangt man von ihm jetzt eine eine bußgeld höhe von glaube ich 150 euro und sagt sich eben ob er das nächste mal rettet und sich da voll ins zeug legt weiß er nicht wenn er dafür dann noch bestraft wird weil er nicht überlegt hat den notarzt anzurufen das war ja auch schon im gespräch aber wie gesagt er hat mich gefragt was soll er tun da habe ich gesagt fahr selbst wenn sie das geld nicht hat also es geht ja um stressreduzierung und nicht um stressmaximierung das sind solche thematen thematiken da muss ich noch einen separaten justizaufsage machen und da bin ich eben der meinung dass man dann schon zur seite stehen muss denn es darf nicht sein dass einem richter das völlig egal ist aber das sind solche thematiken wie zum beispiel eine suizidgefährdete schülerin die kann mich ihm in diesem fall auch nicht erreichen unter der üblich bekannten nummer und dann gibt es ein brandopfer und dann gibt es eine eine suppenverkäuferin die am rande ihrer ihre wie sagt man ihres lebensmutes ist weil sie vor weihnachten zum 19 12 wenn ich mich ganz erst in sinne eben nach hause geschickt worden ist obwohl sie eine erfahrene suppenverkäuferin ist von einem größeren catering unternehmen soweit so gut ich hoffe dass man sich gedanken macht warum ich gesagt habe ich möchte 50.000 euro würde entschädigung dass dieses unternehmen telefonica de mit der mutter das ist das mutterherz des unternehmens mit den töchtern und mit den töchtern blau die und weiteren töchtern nachdenken dass es würde voller wäre wenn man den einzelnen kunden anhört denn die multiplikation weltweit für diese vergehen die in nürnberg ihren ursprung haben diese müssen gestoppt werden und man soll davon ausgehen dürfen dass ich alle pressezentren informieren wie man teilweise mit dem mensch kunde umgeht guten morgen mensch kunde mensch würde denn wir brauchen mehr globale humanität und nicht nicht zerfleischung und wenn man dann bei o2 bezeichnet wird als dumpf dumpfbacken redner in der fußgängerzone dann wird es bedenklich und dafür gibt es o-ton beweise na dann frage ich mich wenn das bei telefonica de ankommt was dann mit dem herrn passiert ich hoffe dass er nach hause gehen darf denn vielleicht der eine oder andere student sagt auch der job der würde mir auch spaß machen der würde sich besser in die reputation von o2 einbinden können alles gute bis bald und ich hoffe ich hoffe mit dem richtigen sponsor gibt es für die würde hoffnung damit ich weiterhin viel gesicht zeigen kann wie man besser mit mensch umgeht und nicht solche szenarien produziert dass man sich so wehren muss vielen dank für die aufmerksamkeit und alles gute an die redakteure es gibt noch viel zu drehen drehen wir anders ab bis bald und jetzt kommt ein kleiner junge der fragt wann bin ich denn mal wieder frei